Breaking News, wir unterbrechen unser aktuelles Programm für Sie, denn es gibt Neuigkeiten. Ja, gucken Sie mal hier, dieses tolle Produkt, innovativ, absolut genial, ist jetzt lieferbar. Ja, es ist ein Hochleistungsakku, es ist die Steckdose für überall. Ja, wirklich, Sie werden jetzt sagen, was redet die denn da, eine Steckdose für überall, Steckdosen sind doch immer in der Wand. Nein, schauen Sie mal da, das ist eine Steckdose und die kann man jetzt überall mit hinnehmen. Ja, wirklich, es ist so, es ist ein Riesenknaller, es ist eine richtige Innovation. Und wichtig ist, es ist wieder lieferbar und somit wird, wenn Strom irgendwo benötigt wird, ist er da. Also wir haben früher scherzhaft, als in meiner Jugend gesagt, wenn wir irgendwo am See waren und eine Musikanlage spielen lassen, bring mal einen Eimer Strom mit. Das war damals natürlich utopisch. Hier haben wir jetzt diesen Eimer Strom und das benennen wir nämlich auch mit 42 Liter Eimern. Da sind nämlich 42 Amperestunden drin. Das heißt, du könntest rein theoretisch dein Smartphone über 20 Mal aufladen, dein Tablet 15 Mal, deinen Laptop kannst du 5, 6 Mal komplett aufladen. Du hast hier wirklich den legendären Eimer Strom. 230 Volt Anschluss, darunter sehen wir 3 mal 12 Volt Anschlüsse und dann nochmal 3 mal 5 Volt Anschlüsse. Also wirklich, alle Geräte kann ich hiermit betreiben oder aufladen. Das ist natürlich auch interessant jetzt im Modellbaubereich. Also wenn du viele Modellfahrzeuge hast, die haben ja heutzutage alle einen Elektromotor. Und wenn du eine kleine Powerbank hast, dann lädst du den ein, zwei Mal auf, dann ist auch die Powerbank leer. Hier haben wir fast unerschöpflichen Strom drin. Und das ist es eben, der Strom, wie aus der Steckdose bis zu 100 Watt Geräte kann ich hier direkt betreiben. Wäre vielleicht auch mal für eine Gartenparty, für die Musikanlage ausreichend oder für eine LED-Beleuchtung. Oder was wir hier sehen, natürlich auch die Kühlbox über die 12 Volt Anschluss oder andere Sachen, die über 12 Volt betrieben werden. Oder dann natürlich auch den Laptop aufladen, wenn man draußen im Park sitzt. Man kennt das, man arbeitet. Es ist entspannt, die Vögel zwitschern. Und plötzlich ist der Akku leer. Hier wird er einfach nicht leer bei nochmal 42 Amperestunden. Das sind 42.000 mAh. Das ist eine enorme Kapazität. Und die kann ich jetzt ganz einfach auch jederzeit wieder aufladen. Übrigens ist das nicht nur ein Euro-Stecker, sondern ein Schuko-Stecker. Das sehen wir auch. Also das passen hier alle Stecker mit rein. Und die Auflademöglichkeiten. Da haben wir dreierlei. Entweder über eine 12 Volt, also im Auto. Während Sie fahren, laden Sie hier diese Riesen-Powerbank, ich sage ja, der Eimerstrom, laden Sie den wieder aus zu Hause an der Steckdose über 230 Volt. Oder wenn Sie ein Solarpanel anschließen, dann können Sie es auch über die Sonnenenergie wieder auflösen. Also hier ist wirklich mein legendärer Eimerstrom. Und den können Sie sich jetzt nach Hause holen. Für 123,41 Euro. Ist das nicht eine Revolution? Also man hätte das gar nicht für möglich gehalten bisher. Und viele sind jetzt wirklich da am Staunen. Die sagen, das gibt es doch gar nicht. Doch. Und Sie sehen ja hier, das ist ein richtiger Steckplatz. Also Raif hat es gerade gesagt, mit dem Schuko-Stecker. Gerade für hier zum Beispiel das Notebook. Da sind viele, die jetzt sagen, genau nach sowas habe ich gesucht. Man ist mit dem Notebook unterwegs. Man möchte da auch nicht immer nach irgendwelchen Adapter fahren oder so. Man hat hier sein Notebook. Man hat das ganz normale Netzteil an seinem Notebook dran, wo ja auch genau dieser Stecker dann dran ist. Und dann kann man hier immer schauen. Man kann vorher auch hier immer sehen, wie ist es mit seiner Batterie. Da sieht man es immer sehr schön voll geladen. Und dann hier ganz normal den Stecker einfach rein. Und dann hat man hier die Möglichkeit, direkt sein Notebook dann auch zu laden. Also das ist natürlich eine ganz, ganz tolle Sache. Ganz einfach gemacht. Super praktisch einfach. Also einfacher geht es ja wohl nicht. Und für jeden genau das Richtige hier. 123,41 Euro. Jetzt wieder lieferbar. Mit der NX 27,38,569. Wie Raif das so schön gesagt hat. Der Eimerstrom. Hier ganz viele Eimer in dieser kleinen Box. Und vor allem zum Mitnehmen, zum Tragen. Super leicht. Erstmal leicht zu tragen und sehr, sehr handlich. Dann haben wir noch so kleine Spielereienzusätze dabei. Noch eine Taschenlampe, auch mit Blinkfunktion, wenn mal irgendwas passiert. Und hier auch sehr leistungsstark. Kein Wunder, wir haben ja überhaupt keine Stromprobleme hier. Und jetzt nochmal die Möglichkeit, insgesamt 180 Watt Leistung hier rauszuziehen. Also Sie können jetzt nicht sagen, wenn Sie jetzt sagen, oh der Laptop hängt dran oder ein anderes elektrisches Gerät über 230 Volt. Ich kann dann keine 12 Volt oder keine 5 Volt benutzen. Sie können alles parallel benutzen. Aufladen, betreiben. Also das spielt hier überhaupt keine Rolle, ob Sie ein Gerät direkt betreiben oder ob Sie nur den Akku aufladen. Es ist, und ich wiederhole mich jetzt gerne nochmal, es ist mein Eimer Strom, auf den ich in meiner Kindheit so oft gewartet habe. Wir haben als früher Autobatterien ausgebaut, damit wir am Baggersee eine Party feiern konnten, weil da gibt es ja keinen Strom. Brauchst du heute nicht mehr. Du stellst die Anlage einfach hier rein. Ja, wenn es eine 12 Volt Anlage ist, natürlich unten. Adapter ist auch noch dabei. Oder eben mit 230 Volt dann oben in die Euro- bzw. Schuko-Steckdose. Also es ist einfach perfekt. Und jetzt nochmal, eine normale Powerbank, nur damit sind wir die Größe, weil 42 ist eigentlich eine kleine Zahl. Weil normalerweise Powerbanks immer in Milliampere angegeben. Dann sind das 2.000 oder 5.000 oder maximal 10.000 Milliampere Stunden. Hier haben wir 42.000 Milliampere Stunden. Und bei handelsüblichen Smartphones heißt das, dass du die wirklich, die haben so um die 2.000 Milliampere Stunden. Die kannst du 21 Mal komplett aufladen, bevor du hier wieder laden musst. Also das ist enorm. Das ist wie Strom zu Hause aus der Steckdose. Nur hier jetzt halt mobil, überall einsetzbar. Und das ist wirklich eine Revolution. Da haben viele lange drauf gewartet. Ich gehöre da auch dazu, dass ich überall, wann immer ich will, meine Steckdose dabei habe. Und zwar mit dem Hänkelchen. Ich nehme das mit wie ein Handtäschchen im Prinzip. Und egal, wo ich Strom brauche, ich habe ihn. Gerade wenn man unterwegs ist. Wenn man da irgendwo, wie du sagst, an dem See ist. Wenn man draußen irgendwo sitzt und man hat da seine elektronischen Geräte dabei. Sei es jetzt aus dem Modellbau, sei es das Notebook zum Beispiel. Sei es mal die Kühlbox, die wir hier sehen. Aber auch andere Geräte. Gerade auch im Campingbereich. Da sind ja viele, die da auch längere Zeit unterwegs sind. Sie haben hier ja ihren Strom jetzt einfach immer mit dabei. Also das ist wirklich eine Revolution. Das ist so genial. Also viele haben drauf gewartet. Jetzt ist es endlich da. Und das für 123,41 Euro. Schauen Sie sich das an. Das ist so toll. Weil auch viele, die vielleicht auf dem Bau stellen sind, auf dem Bau, die auf sowas gewartet haben. Da wird ja dann häufig auch der Strom abgestellt. Oder man hat keinen in erreichbarer Nähe. Hier hat man das immer dabei. Da ist nichts mehr mit Kabeltrommeln verlegen oder sonst irgendwas. Hier ist der Strom dabei. Also das ist ein tolles Beispiel. Und die heutigen LED-Strahler, die sind alle unter 100 Watt. Also 100 Watt ist die Leistungsstärke bei der 230 Volt Steckdose. Aber insgesamt haben wir eine Leistungsstärke von 180 Watt. Aber noch was anderes, was du gesagt hast. Jetzt überleg mal, wie oft geht man mit der ganzen Familie morgens ins Schwimmbad. Jetzt wird es ja wieder richtig heiß. Da gehst du morgens, nimmst du eine Kühltasche mit. Bis es Mittag ist, ist auch die Kühltasche einfach warm geworden, obwohl sie isoliert ist. Aber hier nimmst du einfach diese Eimer Strom mit. Ich bleibe bei dem Ausdruck. Und steck die Kühltasche wieder ein, beziehungsweise den Kühlkoffer. Und dann hast du eben den ganzen Tag im Schwimmbad oder am See gekühlte Getränke. Die Speisen bleiben kühl und frisch. Und das ist also auch noch was. Und zwischendrin lädst du mal dein Smartphone wieder auf oder den Laptop, falls der auch dabei ist. Alles überhaupt kein Problem. Und Sie sehen ja hier, es sind unzählige Möglichkeiten. Hier die ganzen USB-Steckplätze. Hier ganz normale Steckdose, wie zu Hause in der Wand. Aber jetzt hier an diesem kleinen, süßen Köfferchen. Das ist wirklich auch sehr, sehr leicht. Das Sie hier wirklich mit zwei Fingern tragen können, das Sie einfach mitnehmen. Man denkt immer, da muss doch irgendwo ein Kabel rausgehen. Nein, es ist ja einfach Ihr Strom, Ihre Steckdose für unterwegs. Hinten auch noch die Leuchte mit dran. Das ist eine richtige Innovation. Für 123,41 Euro der Strom zum Mitnehmen für Sie einfach. Und du hast plötzlich Möglichkeiten, du kannst beim Zelten deine Nachttischlampe einstecken. Ja, das ist hier möglich. Acht drauf achten. Aber die LEDs haben ja alle nur 5, 6 Watt. Ist überhaupt kein Problem. Einstecken, einschalten ist nur ein Beispiel. Also ich glaube, Ihnen fallen noch viel, viel weitere ein. Und Ihnen wird es auch schon passiert sein. Ob es jetzt war oder in der Jugend, wo Sie gesagt haben, jetzt so ein Eimer Strom, den es bis jetzt nicht gab, wäre was Tolles. Da ist der Eimer. Sie müssen nur noch bestellen. Und dann ist Strom, egal wo, überhaupt kein Thema mehr. Die NX 27 38 569. Das ist Ihre Bestellnummer. Jetzt wieder lieferbar. Ganz stark nachgefragt hier bei uns. Das ist ein Sensationsprodukt, was noch nie so da gewesen ist, wo jeder in Staunen kommt. Gerade natürlich die, die sich sowas schon lange gewünscht haben. Die von diesem Eimer Strom geträumt haben. Wie Ralf auch. Er wird auch Sie sagen, nach genau sowas habe ich immer gesucht. Jetzt bitte in die Leitung gehen und hier bestellen 123,41 Euro Ihr TV-Sonderpreis. Und dann kommt der Eimer Strom zu Ihnen nach Hause. Also das ist wirklich eine Innovation. Genial.